Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen hier in der Geek Talk Daily. Dienstag, der 16. Januar 2018. Ihr hört die Geek Talk Daily 288. Und das sind die folgenden Themen, die ich heute für euch bereit habe. Modular 41, MacBook Air, Google und WLAN, Apple Park, IntelliMouse 3.0, Gegentrend und Alexa Skill. Still beginnen wir mit Tagheuer, dem Schweizer Luxus-Smartwatch-Hersteller, der neue Smartwatches vorgestellt hat. Die sind nicht mehr ganz so gross wie das letzte und vor allem das erste Modell, besser gesagt, oder die ersten beiden Modellen. Jetzt ist das Ganze auf 41 mm zusammengeschrumpft. Ansonsten ist so ziemlich vieles gleich. Ihr habt immer noch ein Android Wear drauf. Ihr habt 8 GB Speicher, also doppelt so viel. Die Auflösung ist 390x93 Pixel und es gibt immer noch die Möglichkeit, wenn euch dann das Smarte nicht mehr gefällt, die Innereien rauszugrübeln und eine richtige Uhr von Tagheuer einzubauen. Das Ganze, ähnlich geblieben, ist auch der Preis. In Euronen sind es nämlich 1.100. Da beginnt das Ganze und kann so gekauft werden. Mir gefallen ja diese Tagheuer-Modelle. Mal schauen. Muss ich mir anschauen, das Neue. Das Neue war es vor 10 Jahren, denn, ja, eben, gestern vor 10 Jahren, nicht heute, Aufnahmedatum schon, aber gestern vor 10 Jahren hat Steve Jobs das MacBook Air, damals revolutionär, aus diesem, ihr möchtet euch sicherlich noch erinnern, kleinen Umschlag gepackt mit der Schnur rundherum. Eine sehr coole Präsentation und ein Riesensprung für das MacBook generell, also für die Bauweise und für Ultrabooks und, ja, hach, schönes Gerät war es. Und mal schauen. Vielleicht kommt irgendwann mal ein Revival in die Richtung. Wer weiß, wer weiß. Der HomePod. Es gibt wieder mal neue Statistiken zu dem Teil, weil in Amerika aktuell ganz viele andere Statistiken rumgehen. Amazon und Google Home verbreiten sich da ziemlich stark. Ganz vorne dabei ist Amazon, die sind richtig führend, was das anbelangt, beim Verkaufen von den ganzen smarten Lautsprechern. Gut, die schmeissen es auch schon für 30, 40 US-Dollar hinten nach. Und ja, somit bekommt man natürlich schnell eine gewisse Masse. Ich bin echt gespannt, wenn Apple das Teil rausbringt und vor allem, wie das Ganze einschlagen wird. Lassen wir es doch hoffen für Apple. Ich kann mir vorstellen, dass das Teil gut ankommt, weil halt in Apple-Qualität. Mal schauen. Der Google Chromecast oder das Google Home. Nutzt ihr sowas bei euch zu Hause? Wenn ja, zweite Frage. Habt ihr WLAN-Probleme, Unterbrüche von ein paar Sekunden und oder gar noch mehr? Komplette Abbrechen? Das kann daran liegen, dass ihr den Google Chromecast oder den Google Home nutzt. Wenn dem so ist, schaut nach, ob euer Routerhersteller ein Firmware-Update für euer Gerät anbietet. Ansonsten, wenn es schlimmer wird und ausartet, deaktiviert die Geräte mal. Es könnte nützen, zumindest vorübergehend, bis das Ganze gefixt ist. Es gibt ein neues Video, wie eine Drohne über den Apple Park geht. Das haben wir, oder fliegt besser gesagt. Das haben wir ja immer wieder mal in diesem Daily und auch im Geek Talk News-Format drin gehabt. Mittlerweile ist das Ganze richtig grün geworden und man sieht richtig schöne Fortschritte. Ich bin gespannt und hoffe, dass das, ja, so dann gegen Sommer mal ein Video kommt, wo gänzlich keine Maschinen mehr drauf sind, Mitarbeiter und so weiter, sondern wirklich einfach ein richtiges Video. Wer weiß, wahrscheinlich wird auch Apple auf die WWDC ein eigenes Video in die Richtung bringen. Könnte ich mir so vorstellen, dezent. Mögt ihr euch noch an die Intelli-Maus erinnern? Ein Klassiker aus dem Hause Microsoft. Ein schönes Stück Hardware, das sehr beliebt war. Das hatten wir irgendwann schon mal Ende letzten Jahres. Wurde sie ja vorgestellt in den Staaten. Und ja, was soll ich sagen? Jetzt kann es auch in Deutschland vorbestellt werden. Ich nehme an, Schweiz wird nicht lange auf sich warten lassen. Ich schaue mir die Maus auf jeden Fall an. Ich habe sie früher nur partiell genutzt, aber war jeweils begeistert, weil es einfach wirklich ein schönes Stückchen Maus war. Und vielleicht auch immer noch ist. Zumindest die Bilder passen. Einen Gegentrend im PC-Markt. Im letzten Jahr wurden deutlich weniger Computer, PCs, verkauft als das Jahr zuvor. Das ist ja schon jahrelang ein bisschen, ja, ein rückwärts laufender Prozess oder besser gesagt Markt. Und da hat in den letzten Jahren meist nur einer vorwärts gemacht und das ist Apple. Mittlerweile kommt einer hinter nach und das ist HP. Muss auch sagen, die kommen mir in letzter Zeit immer mehr, vermehrt auf diesen sozialen Medien, unter. Also ich sehe immer mehr solche HP-Teilchen. Könnte wahrscheinlich auch daran liegen. Was habt ihr so neben MacBooks um euch herum? Bin sehr gespannt. Lasst es uns wissen über die Kommentarfunktion oder natürlich auch über Social Media und per E-Mail. Und zu guter Letzt haben wir es wieder mal. Wir hatten ja vorhin schon den Sprachassistent von Amazon. Die Echo-Version davon hat ein Update bekommen, also ein Update nicht, aber ein Skill bekommen, der sehr interessant sein könnte. Beim einen oder anderen Geek-Freund, den ich so verfolge über die ganzen Social Media, vor allem über Instagram-Stories, ist mir aufgefallen, die sind fleissig am Ausprobieren. Über den Skill bekommt ihr einen Teil vom deutschen Fernsehprogramm live auf euren smarten Speaker. Oder im Nicht-Ein-Speaker der Show ist ja das Teil, was ja auch einen Bildschirm drin hat. Somit wird das Ganze deutlich interessanter für all diejenigen, die noch lineares Fernsehen schauen. Denn wieso soll man sich ein Fernsehen reinstellen, wenn man auch ein Fernsehen und einen Sprachassistent in einem Gerät reinstellen kann? Oder sehe ich das falsch? Also ich bin ja nach wie vor der Meinung, dass ich so ein Teil haben möchte. Ich freue mich schon auf den ersten Sale in die Richtung. Da werde ich ziemlich sicher zuschlagen, wenn es sich ergibt. Das waren die Themen, die ich heute für euch hatte. Nicht ganz so viele wie auch schon, oder anders gesagt, relativ kurz, unter 6 Minuten. Somit bleibt es mir, euch noch einen schönen Tag und vor allem einen erfolgreichen Tag zu wünschen. Wir hören uns wieder, wenn ihr mögt, morgen hier im gleichen Kanal. In diesem Sinne, bis dann, euch einen schönen Tag und bis dann, euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.